Die bevorstehende Wahl an das Bundesgericht ist ungewöhnlich umstritten. Faktisch ist es ein Kampf um jene Abteilung des Gerichts, die das Verhältnis zwischen Landes- und Völkerrecht wesentlich prägt. Die SVP hätte neu eine dominante Stellung. Die Hintergründe der umkämpften Bundesrichterwahl klären sich. Die Ausgangslage ein SVP-Bundesrichter tritt zurück, am Mittwoch regeln National- und Ständerat die Nachfolge. Weil die SVP ohnehin unterrepräsentiert ist, hat sie nach Propots klar Anspruch auf den Sitz. Mit dem Berner Verwaltungsrichter Thomas Müller präsentiert sie einen erfahrenen Kandidaten, dessen Eignung von keiner Seite angezweifelt wird. Trotzdem empfiehlt die hauchdünne Mehrheit der Gerichtskommission die CVP-Kandidatin zur Wahl, die Luzerner Assistenz-Professorin Julia Henni. Offiziell begründet die Kommission den Entscheid damit, dass die CVP-Kandidatin am meisten überzeugt habe. Überdies verweist sie auf den Frauenanteil am Gericht. Inoffiziell sind andere Gründe wichtiger. Sie sind eminent politisch. Wenn der SVP-Kandidat gewählt wird, hat die Partei an der zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung des Gerichts mit drei von sechs Richtern eine dominante Stellung inne. Das ist insofern brisend, als diese Abteilung bei der delikaten Abwägung zwischen Landes- und Völkerrecht eine Hauptrolle spielt. Es war just diese Kammer, die mit zwei Entscheiden im Zusammenhang mit der Ausschaffungs- und der Masseneinwanderungsinitiative den Zorn der SVP auf sich gezogen hat. In den umstrittenen Urteilen bekräftigte sie den Vorrang der Menschenrechtskonvention und der Personenfreizügigkeit vor den vom Volk beschlossenen Verfassungsänderungen. Die Urteile haben die SVP veranlasst, die Selbstbestimmungsinitiative zu lassieren, die das Volk 2018 klar verworfen hat. Weil es an der Urne nicht klappte, wolle die SVP nun die entscheidende Gerichtskammer kapern. So argumentieren Vertreter anderer Parteien. Einer, der das offen ausspricht, ist FDP. Ständerat Andrea Caroni Er gerät in Schussfeld, weil er in der Kommission mittels Stimmenthaltung CVP-Kandidatin Henni zum Durchbruch verholfen hat. NZZ 14.6.19 Im Gespräch sagt Caroni, aber, sein Entscheid habe nicht so sehr damit zu tun, dass er Henni kenne und fachlich sehr gut finde. Ich finde es institutionell falsch, wenn eine einzige Partei eine, zudem so zentrale, Abteilung am Bundesgericht dominiert. Die Bedenken haben auch mit dem Präsidenten der Kammer zu tun, mit SVP-Bundesrichter Hans-Jörg Seiler. Er vertritt bei Konflikten zwischen Landes- und Völkerrecht relativ klar die Linie der. SVP rang damit aber bisher nicht durch. 2013 sagte er im Interview mit der NZZ, ist der Konflikt unlösbar, dann gilt nach wie vor die Grundregel, dass die Annahme einer landesrechtlichen Norm als Auftrag an die Behörden zu verstehen ist, den widersprechenden Staatsvertrag zu künden oder neu auszuhandeln, allenfalls unter Inkaufnahme von Schadensersatzzahlungen. Seiler wird in Bern nachgesagt, er wolle den SVP-Einfluss in der Kammer stärken. Das könnte gelingen, falls am Mittwoch der SVP-Kandidat gewählt wird. Aber sicher ist das nicht. Zwar wurde in der offiziellen Ausschreibung explizit ein Richter für die zweite öffentlich-rechtliche Kammer gesucht, doch das hindert das Bundesgericht nicht daran, den neu gewählten Kollegen anders einzuteilen. Dies bestätigt auf Nachfrage der Gerichtssprecher. Das Bundesgericht organisiert sich selber. Darauf weist auch SVP-Fraktionschef Thomas Eschi hin. Das sind fadenscheinige Ausflüchte, sagt er. Das Parlament habe keinen Einfluss auf die Bestellung der Abteilungen. Die SVP wolle lediglich ihren zurücktretenden Richter ersetzen, damit die Untervertretung nicht weiterzunehme. Zudem argumentiere die Gegenseite widersprüchlich. Sie poche plötzlich darauf, dass der Parteinproperz an einer Kammer eingehalten werde, schrecke aber nicht davor zurück, den Properz auf Ebene des Gesamtgerichts aus dem Lot zu bringen. Bei Oldem ist eine Frage offen, welche Linie würde SVP-Kandidat Müller überhaupt verfolgen? In der Vergangenheit zog er jedenfalls schon einmal mit einem Urteil im Asylbereich den Unmut der SVP auf sich. Auch FDP-Ständerat Karony betont, er stelle Müllers Unabhängigkeit nicht in Frage. Er würde Müller wählen, wenn klar wäre, dass er an einer anderen Kammer eingesetzt werde, Karony sagt aber er erhalte Signale aus Lausanne, wonach die Einteilung der anderen Richter so weit gefestigt sei, dass der Neugewählte fast sicher in die fragliche Kammer komme. Allerdings sollte man annehmen, dass das Bundesgericht weitsichtig und flexibel genug ist, nach der hitzigen Debatte im Parlament diese Einteilung noch einmal zu überdenken. Darauf will sich Karony aber nicht verlassen. Wie etliche Parlamentarier hofft er, dass sich der SVP-Kandidat zurückzieht und im September wieder antritt. Dann wählt das Parlament vier neue Bundesrichter. An der zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung gibt es voraussichtlich keine Vakanz. Dies dürfte die Chancen des SVP-Kandidaten deutlich verbessern. Die Chancen des SVP-Kandidaten Die Chancen des SVP-Kandidaten Die Chancen des SVP-Kandidaten